Hallo YouTube. Hallo YouTube. Wie geht's dir heute, Annabelle? Gut, Fernseher. Fernseher? Na ja, gut, nicht so gut, ne? Bist ein bisschen erkältet. Heute werden wir euch zeigen, was wir gemeinsam zu Weihnachten basteln. Aus Butterbrot-Tüten machen wir eine Laterne. Wir müssen die zusammenkleben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun, es reicht. Die müssen wir zusammenkleben. Dafür nutzen wir so ein zweiseitiges Klebeband. Ich auch. So, Andreas, und du machst das nächste. Hier kannst du schneiden. Das klebe, please. Super, yes. Wir kleben eine Buchstabe, eine T-Buchstabe, umgedrehte T-Buchstabe. Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht's! Jetzt haben wir das zusammengeklebt. Wir werden hier verschiedene Dreiecke malen und dann werden wir die Dreiecke ausschneiden. Und danach bekommen wir einen Stern aus Butterbrot. Bitteschön. Oh ja, jetzt kann man das sehen. Und jetzt, was machen wir? Jetzt nehmen wir die Schere. Aus. Aus. Oh, ein Stern. Ein Stern. Ja! Sleigh bells ringin', diamonds blingin', carols singin', favorite season Sleigh bells ringin', diamonds blingin', carols singin', favorite season Sleigh bells ringin' 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 Wir haben bereits die Pyjamas angezogen, aber es ist noch relativ früh, das war heute früh und wir machen doch noch ein Schnimmel. Oder bist du müde? Das geht ja schnell, Andreas. Andreas, du brauchst Taschentuch. Bringst du bitte Taschentuch? Ja, genau, da brauchst du Taschentuch. Wir werden das erstmal hier schneiden, so, handbreit, so ungefähr, schneiden wir. Annabelle nur in diesem Fall schneiden. Mama hat extra diese Socken dafür genommen, normalerweise schneiden wir keine Kleidung. Gerade schneiden. Es klappt nicht, Mama. Ja, es ist ein bisschen schwieriger, weil das jetzt schon ein Stoff ist. Das ist nicht so einfach zu schneiden. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werden wir hier das zusammenbinden. Jetzt werden wir dann befüllen. Mama, bei mir klappt es. Klappt es gut? Mhm. Es muss ganz voll sein. Es muss ganz voll sein, Andreas. Was machen wir? Wir machen hier zusammenbinden. So. Zusammenbinden. Und meins auch. Und deins auch. Und deins auch, ja. Da ist noch leer, Mami. Ist nicht schlimm, wir machen das jetzt. Aber da, da unten ist ganz voll. Hier. Dann schneide die. Hier, ganz voll. Mal schneiden. So. Und jetzt machen wir dem Schneemann eine Taille. Wir machen jetzt den Schneemann. Der steht irgendwie bei uns nicht. Jetzt bekommt er noch eine Mütze. Tja. Tsch. Willst du die kleben? Nein, Andreas. Willst du die kleben? Die Augen von Annabelle. Hier. Mh. Ist es lustig? Ja. Das ist eine. Ist es lustig? Mein Liebesnimmann. Und noch eine Nase. Eine Nase? Okay. Ja. Dann machen wir eine Nase. Wir filmen dir zwei Schneemänner. Die sehen lustig aus. Willst du ihn mit ins Bett nehmen? Mit ins Bett nehmen? Mit dem Schneemann schlafen? Ja. Gut. Gut heißt das? Gut. Und wer heißt dein Schneemann, Annabelle? Schneemann Lilly. Schneemann Lilly. Schneemann, Vielen Dank.